So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einem kleinen, aber feinen, mit sehr viel Inhalt, kurz gefasstem Infovideo. Also ganz kurz, wir gehen gleich in den Shop rein, ich erkläre euch den Shop, wir gehen auf die Aufgaben ein und was sonst noch so abgeht. Also wir sehen schon, stürmt die Agency, werdet eins mit dem Schatten, stürmt die Behörde, um kostenlose Belohnung zu halten. So, gucken wir uns direkt schon mal die Herausforderungen an. Was müssen wir machen? Also, ganz simpel gesagt, einmal, ein einziges Mal in Agency landen, war es schon, erste Aufgabe fertig. Augen des Sturms, ganz simpel, jedes Mal, wenn das Auge zugeht, also jedes Mal, wenn eine Zone kleiner wird, ist eine überleben, also hast du einmal die Zone quasi überlebt. Das Ganze musst du zehnmal machen, ich denke mal, das wird auch jeder hinkriegen. Dann schwimme, ne, öffne, eine verschlossene Truhe einer Fraktion bei Spionage-Basen. Also, einfach euch verkleiden, da eine besondere Kiste öffnen, einfach mal jeden Ort abfliegen, verkleiden, eine Kiste öffnen, fertig. Schon habt ihr auch das geschafft. Dann schwimmen wir über die Luken bei der Agency. Ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, bei der Agency drumherum im Wasser. Also, da ist ja die Insel mit Agency, drumherum sind diese Luken und da müsst ihr einfach nur quasi einmal im Kreis schwimmen. Im Prinzip schwimmt einmal bei der Agency im Kreis rum und schon habt ihr auch das geschafft. Dann, eliminiere Handlanger an verschiedenen Unterschlüpfen, einfach einen der fünf Orte hinfliegen. Ich würde euch empfehlen, nehmt den bei Craigie Cleaves, weil da landet eigentlich nie einer. Pleasant Park wird die Hölle los sein. Sweetie Sands, da ist da gemeint zwischen Holy Hatches und Sweetie Sands, da ist diese kleine Hütte. Dann, Lazy Lake, da ist aber hier die Insel gemeint, die kleine. Form ist, also hier die Zeichen, die sind ja total verwirrend. Die Insel ist nämlich hier gemeint. Hier ist eigentlich da die Basis. Pleasant Park ist eigentlich hier unterhalb. Craigie Cleaves ist, glaube ich, das einzigste, wo es richtig eingezeichnet ist. Und bei Frenzy Farm ist die Tankstelle gemeint. Also einfach da landen, Anklanger töten, drei Stück und schon habt ihr da alles fertig. Und schwuppdiwupp habt ihr alle Aufgaben fertig. Wenn irgendwie Fragen sind, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde natürlich alles beantworten. Oder aber kommt in den Livestream, der gleich anfängt auf Twitch. Und da werde ich sowieso alle Aufgaben nachmachen. Und wenn du Fragen hast, schreib einfach deine Frage in den Chat rein. Irgendeiner wird dir die Frage schon beantworten. Bestenfalls sogar ich. Aber ich denke mal, so weit ist es eigentlich ja. Alles ist im Prinzip selbsterklärend. Ich sage ja, für YouTuber sind die Aufgaben zur Zeit eine Katastrophe. Weil es ist alles markiert. Man weiß, wo man hingehen muss. Und in dem Sinne würde ich sagen, auch kein großes Ding. So, dann gehen wir ganz schnell in den Shop rein. Was gibt es da heute Neues? Kalisto. Den Skin. Auch man merkt, Season 9 habe ich überhaupt nichts gemacht. Weil dieser Skin ist mir komplett unbekannt. Aber komplett. Dann auch, nö. Der Golfschläger ist wieder dran. Alle Schwitzer oder die, die mal Schwitzer werden wollen, werden sich natürlich wieder den Golfschläger kaufen. Apropos kaufen. Wenn ihr mich immer noch unterstützen wollt, auch wenn ich jetzt auf Twitch hauptsächlich bin, gerne meinen Creator-Code benutzen. Yt-Family-Hack. Gerade schnell nachgucken. Steht da noch drin. Und wenn nicht, auch okay. Aber denkt immer dran. Habt auf jeden Fall einen da drin stehen. Weil es ist einfach verschenktes Geld. Und so könnt ihr irgendjemanden unterstützen. So, was haben wir in des Weiteren drin? Fliegende Untertasse. Oh, Geheimkanal. Ah, stimmt. Den habe ich ja von Zampal bekommen, das Rücken. Das ist zwar. Dann haben die Gesandte drin. Der Beef-Boss ist wieder drin. Der Totenschütze ist wieder drin. Einmal natürlich in zwei Stilen. Dann haben wir Birdie. Ist klar. Abfeiern ist drin. Zahn-Seiden-Wirbler. Nicht der OG. Sondern die neue Variante. Nicht, dass da ein... Manche denken, ach ja, OG. Nein, es ist nicht OG. Dann haben wir den Ladebildschirm. Wem verschenken wir den? Ich glaube, das Ganze mache ich im Livestream. Einfach mal gucken, wer ihn noch nicht hat. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare gucken. Kann ich den nur einmal verschenken oder mehrmals? Ne, ich kann nur einmal verschenken. Also, werden wir mal gucken. Kommt einfach ins Stream. Vielleicht seid ihr der Glückliche. Oder die Glückliche, die ihn bekommt. Dann haben wir Shadow Rebell im Shop drin. Ja, habe ich ja schon damals gesagt. Das mit den... Der Nacken da wurde... Oh. Oh. Ich dachte, die Jacke wäre durchgehend schwarz. Oh, so sieht er doch nice aus. Das sieht natürlich nice aus mit den Flügeln. Auch nochmal danke an Monkey. Jeder wird ihn inzwischen kennen, der auf Twitch ist. Er verschenkt Zaps ohne Ende. Einfach krank, der Kerl. Aber hier mit den Flügeln, die aus... Das sieht nice aus mit den Flügeln. Die da aus dem Auge rauskommen. Oder? Was meint ihr? Mit dem Rückenaccessoire? Eigentlich 1 plus mit Sternchen. So, wie gesagt, Ladebildschirm müssen wir gucken im Stream. Vielleicht finden wir einen, der ihn noch nicht hat. Der keine Freunde hat. Der ihn einfach nicht geschenkt bekommt. Aber ich denke, das werden wir auch hinkriegen. So, wie gesagt. Guckt in die Videobeschreibung. Da ist der Twitch-Kanal. Gerne auch vorbeigucken. Ihr seht, Zuschauerrekord 50. Also bei uns ist inzwischen einiges los. Ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so schnell funktioniert. Aber auch alle Danke dafür, die jetzt von YouTube mit rübergegangen sind auf Twitch. Und bis jetzt hat sich keiner beschwert. So nach dem Motto, stream doch wieder auf YouTube. Also die Frage kam noch nicht ein einziges Mal. Jeder ist zufrieden mit Twitch. Also ich kann euch da wirklich nur empfehlen, wenn ihr entspannte Streams haben wollt, geht auf Twitch. Kommt es mir einfach. So, was haben wir noch? Rette die Welt. Damit haben wir leider heute keine V-Bugs-Aufgaben. Also auch da werde ich wahrscheinlich nur die Tagesaufgabe heute annehmen. Und werde wahrscheinlich heute nur Battle Royale machen. Also in dem Sinne, schaut einfach bei Twitch vorbei. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung alles verlinkt. Und in dem Sinne, bis gleich.